Aufbau ist der Name einer deutsch-jüdischen Zeitung, die 1934 gegründet wurde. Bis 2004 war ihr Sitz in New York. Seit Februar 2005 wird sie in Zürich mit dem vollständigen Titel Aufbau. Das jüdische Monatsmagazin produziert. Geschichte 1924 gründeten jüdisch gesinnte Einwanderer. Zur Pflege geistiger Bestrebungen und zur Förderung der Freundschaft und Geselligkeit in New York den German Jewish Club. Bald nach 1933 wurde in Los Angeles ein unabhängiger Bruder-Club gegründet. Der sich German Jewish Club of 1933 nannte und als materielle Hilfsorganisation dienen sollte. Sich jedoch tatsächlich auch als soziale Wirkgruppe bewährte. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurden 1940 aus psychologischen Gründen die Namen der beiden jüdischen Clubs geändert. Der kalifornische Club entfernte das Wort German aus seinem Namen und der New Yorker Club nannte sich nunmehr New World Club. Am 1. Dezember 1934 erschien der Aufbau erstmals als zunächst kostenloses Vereinsblatt des German Jewish Club in New York. Ab der Ausgabe vom 5. September 1941 erschien im Aufbau 14 täglich die Beilage, Die Westküste für die Leser in Kalifornien, Oregon und Washington. 1941 gab der Jewish Club of 1933 seine bisherige Club-Zeitung Neue Welt auf und gab stattdessen mit der Ausgabe des Aufbau vom 17. Oktober 1941, Die 14-tägliche Kolumne Jewish Club of 1933 heraus. Der Aufbau entwickelte sich rasch zur wichtigsten Informationsquelle und Anlaufstelle für jüdische und andere deutschsprachige Flüchtlinge in den Vereinigten Staaten. Mit dem Wort Aufbau, dessen englische Form Reconstruction zeitweise als Untertitel diente, war die Erneuerung des deutsch-jüdischen Lebens in den USA gemeint. Von deutschen und österreichischen Immigranten als Forum, kulturelle Plattform und Sprachrohr gegründet, war es während der Zeit des Nationalsozialismus das wichtigste Organ der in die USA geflüchteten deutschsprachigen Juden und anderer Flüchtlinge. Mitarbeiter im Herausgebergremium waren zeitweise Persönlichkeiten wie Albert Einstein, Thomas Mann und Stefan Zweig. Langjähriger Chefredakteur ab 1939 war Manfred George, der ein wöchentliches Erscheinen durchsetzte. Bekannte Autoren waren Hannah Arendt, Max Broth, Martin Buber, Leyen Feuchtwanger, Oskar Maria Graf, Heinrich Eduard Jakob, Thomas Mann, Ludwig Marcuse, Hertha Pauli, Alfred Polgar, Kurt Ries, Hans Saal, Will Schaber, Gershom Scholem, Helmut Kuhn und Karl Zuckmeier. Alle zwischen 1934 und 1950 erschienenen Artikel wurden in digitalisierter Form im Juni 2004 von der Deutschen Nationalbibliothek online gestellt. Ende 2004 erwarb der Zürcher Verlag Jüdische Medien AG die Verlagsrechte an der Immigrantenzeitung. Seit Januar 2005 verschien der Aufbau als Monatsmagazin. Derselbe Verlag gibt auch die Zeitschrift Tachlis heraus. Diese Verlegung nach Europa sollte der seit 1989 veränderten Situation der jüdischen Gemeinde in Deutschland Rechnung tragen, an der auch die internationale Leserschaft deutscher Sprache Interesse zeigt. Die Zeitschrift vertritt pluralistische, humanistische und universalistische Ansätze. Seit 2009 erscheint sie am selben Ort in der Serie NADA AG unter der Herausgeberin Susanne Braginski. Über die neue Struktur und das Verhältnis zu Tachlis informierte eine Notiz in Heft ein 2009. dieser Zeitschrift.